Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns wieder, dass ihr eingeschaltet habt. Sarah und ich sind heute auf dem Premium Wanderweg Schmucklerpfad unterwegs. Diese Wanderung hat etwa 13 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. Eike Meue. Guten Morgen liebe Wanderfreunde. Hallo liebe Wanderreunde. Auf Wiedersehen. Zähne Das ist gut, das ist gut, das ist gut. UNTERTITELUNG Musik Sollte Zähne Untertitelung des ZDF, 2020 Was ist das? Spannende Musik Das war's für heute. 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 Noch etwa 1,5 Kilometer, dann sind wir auch schon wieder am Auto. Es war wieder eine richtig super schöne Sonntagstour. Mit schmalen Pfaden, breiten Wegen, wunderbare Aussichten. Alles top. Daumen hoch dafür. Wenn euch dieses Video auch gefallen hat, würden wir uns über Kommentare sowie über einen Daumen hoch sehr freuen. Also, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.